Vielleicht solltest du die medizinische Behandlung den medizinischen Profis überlassen Und mein professioneller Rat ist Dein Zebrauch durchgedrehte Knutscher Nur das dann ja eben Warte, 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 es gibt noch keine Methode, meine Methode, lasse mich schon durch So Spy Boys, willkommen zurück zu einer 911, die wir wissen Zu einer Luftsingerun, die wir wissen Keine Spielstände vorhanden, auch wirklich? Sehr unschuldig Schlager Da fehlt er hier von dem Gesicht Damit geht die Party so gesagt los Ja Alle Einheiten, alle Einheiten, 1199, Einsatz, Core 3, Eke, Nervenklinik 1,2,4 verstanden, Core 3 sind in 3 Minuten da Tut mir leid, Detektivs, ich weiß, Sie kommen gerade von dem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen Klingt ernst Ausschreitern? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich sie eingesammelt habe Ich habe mehrere Tote Halbes Dutzend Einheiten sind schon da Vielleicht der Geist von diesem Schizodoktor, der seinen Patienten zerhackt hat Ganz so war es nicht Einige Patienten sind verschwunden Ein Arztskandal Trotzdem, dann wie unheimlich, oder? 1,2,7, 1,2,4 bitte anfangen Joseph, denkst du, da gibt es eine Verbindung? Es wäre möglich Aber ich konnte die Jagd nicht einsehen 1,2,4 bitte melden Zentrale, hier ist Detektiv Castellanos in 1,8,4 Was ist da los? Au rei 1,8,4 Ja, und ich bin ein Arzt, wir Melden, was ist denn? Gibt es irgendeine Ein Aquapula, so wie So wie Junior Detektiv Kidman Das ist so nicht Nein Dann Was meint ihr dazu? Cornelie, gebt der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal rum. Okay. Kapitel 1, ein Rotruf. Wow, er kann laufen hier. Weder Blut noch Patronenhößen. Die haben einen Krankenwagen, nicht zu Schatrier. Das ist immer voll nice. Das sind immer alle total nice, Leute. Bye, boys. Riecht viel Blut. Ja. Wir sollten weiter bleiben. Schmackaufahnd. Wir sehen uns das ab. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Hast du das gehört? Hier liegt noch jemand. Wo liegt noch jemand? Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Was ist das nicht möglich? Toyota. Unmöglich. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Und dann überwachungskameras. Und dann überwachungskameras. Was zur Hölle. Hallo. Hallo. Hallo, Bubik. Oh nein. Wer fehlt schon, wo wir anfangen? Bei den Kleingeld, Rutsi. Ich bin zurück, Leute. Jetzt gib Stress. Jetzt, jetzt weg. Hab nicht Stress. Jetzt weiter geht. Ich weiß genau, wenn du bist. Wer bin ich denn? Du bist stolz. Du bist faul. Du wirst sein verbüßen. Wubiks Autorität, du bist achten. Wubiks Autorität? Ganz genau. Wir wollen mal sehen, wenn der wahre Schocke hier ist. Die Party geht los. Zeigst dir mal ein paar Leutchen. Kannst du dir anders sehen, aber nicht mich. Das werden wir noch fein sehen, mein Kumpel. Und ich sehe, ob ich oben bloß nicht abhau. Und ich habe noch was Lustiges mit euch vor. Wo ist ein L? Das magst du nicht? Doch, ich mag es. Hier. Das magst du nicht, aber ich weiß nicht. Das magst du nicht, aber ich weiß nicht. Dann fangen wir an, Freunde. Warum steht alles Kopf? Achso, stimmt. Du hast einen Kontrollpunkt erschienen, wenn du Mr. Sexxer. Ja, ich weiß. Ich habe einen Kontrollpunkt erschienen. Ich helde mir davor. Dann mache ich ihre Sprache. Gewöhnlicher Schlüssel. Ein Schlüsselpunkt aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüsse waren in Geburt, bevor das modernes Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Ja, wir sind zurück. Verzweih dich. Nice, Junge, nice. Was ist denn beim Nice? Du hast mir den Schlüssel geklaut. Nee, das war Super Mario. Wer war das? Das war das Super Mario Schlager. So Leute, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part.